Moin und herzlich hallo hierzu InsertTitle hier ein Experimental Game Welcome to the Experiment Was? You may not be accustomed to what you're about to see. Feel calm and explore Don't worry you're gonna break any bone Yuhuuuuuuu Huh? Was? Did you scream something like whooooooh Because that's fucking retardant Yes, I'm calling you a retard. Ah yeah Know what you are thinking about now? What the hell am I playing? Oh, was haben wir denn da? Ach du Scheiße, ich hab doch gar keine Reaktion. Das gefällt mir nicht. Are you male or female? Natürlich bin ich ein Weib, nein, natürlich ein Scherz, ich bin natürlich ein Mann. Hello, boy, maybe you're a girl on your soil to play this game you had, you're a boy lying to me. Lying is bad. I'm trying to back to see how I am I, well, maybe, yeah, okay, wooo. This room is creepy, isn't it? No. Well, that elevator music on the background doesn't fit in this room. Tip. Left click on the door to open it. Ah. Do you like this one? It's strange, isn't it? It's a Scheiße. This is the drug room, trippy as hell. Drug room. Okay, now before you have a brain attack or something like that. As you can see, this experiment is full of many rooms. You will like ones more than others. Uh-huh, you like some room. Take your time to read, don't worry. Let's talk about the game. Let's talk about me. Injust text, that's all, insert title here, do you like that name? Nein. Not even a name, maybe you already hate me, ja. No name better than a stupid name, ja, doch, ja. The typical brawling, eh, 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 eh. Let's you decide a name for this game that pretty original isn't. A game without a name decide, yeah. Oh, MLP-Manier. Yay. Naja, passt schon. Eh, I'm sure, eh, 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 eh. It's time to interact. Nein, will ich aber nicht, das gefällt mir nicht. Oh, schwarz-weiß. I'm too real experience to see you there. Choose one of the following elevators. Each one of them will take you to a different game genre. Ja, das ist doch ganz klar, was wir nehmen. Ich will da rein. Hallo? Warum kann ich da nicht rein? I don't look for logic, it's just a game. Ich will da rein! Ach so, mit... Oh, scheiße, warum habe ich auch Horror-Game genommen? Holy fuck! Hä? Der Sound gefällt mir ganz und gar nicht. Links, rechts, ach, gehen wir mal links. Ah, die, die, da, du! Ah, da, da! Oh, shit! Ich weiß nicht, was hier zu tun ist. Ist das hier so was wie ein Labyrinth? Ein Maze? Hi! Was bist du hier für ein komischer Vogel? Ah, rennen können wir nicht, sonst wäre es immer Shift gewesen. Folgt der mir? Hm. Komischer Vogel! Okay. Wir waren ja vorhin links. Jetzt gehen wir von da aus gesehen rechts. Oh, Gott! Labyrinth, ich hasse Labyrinth. Erstmal ziehen die sich wie Kaugummi, zweitens, es passiert hier bis auf diese merkwürdige Soundkulisse. Okay, ich glaube, ich werde mich hier noch tierisch verlaufen. Hi! Wer bist du? Pinocchio? Okay. Mehr passiert hier auch nicht. Okay, okay. Oh, da hinten liegt was. Das sehe ich doch von hier. Da ist wahrscheinlich der Ausgang. Eine Hand! Warum kann ich hier nicht weiter? Okay, ich kann hier nicht weiter. Äh, da. Okay, was steht denn da? Ach, wonderful. One of the doors is correct. Rot. Back to normal. Isn't that lovely? Please, break the button to continue. Hm. Oh, Big Brother! Do you like being off the earth? Ich fühl mich wie bei Big Brother. Man, die Kameras. Tschüss. The blue pill or the red pill. Your decision will influence your way in the game. Choose well. Hm. Das kommt mir so aus Matrix bekannt vor. Ich nehme die rote. I was kidding. This is not Matrix. It's just a weird experiment. Please. What would you do if your best friend in the world is about to be killed? Was? Mein Kumpel ist tot? Und was würde ich tun? Sacrifice myself vorheben? Nein. Nein. In this room we process all your actions and decisions, all your movements and thoughts, and we find a conclusion. Data have tested negative, giving it a negative opinion about you. It qualifies you as a bad person. Proceed to the end of the room to leave the experiment. A pleasure to have had you as first subject. I hope you enjoyed the experience until another time. You don't have permission to be here. Immediately leave. Nein. Ich will here. Get out. Subject 1. I will hear you immediately. Victims are in the title here. Experiments. Ian, Susan, Kevin, Felix, Marie, Carla, Chris. Possibly. Fall from the fake exit. Beated by monsters. Darf to die. Brain attack. Tortured by your mind. Suicide. Aha. Mhm. Oh, was haben wir denn hier? Star true? Epilepsie? Trip? Was ist das für eine komische Melodie hier? Ian, mail, H25, der übermarscht, meine Farbe, meine Stabil. Du sieben, in scheiß Dreck. Hohohohohohohohohohoho. Hohoho. Okay. Oh, ich guck mal, was muss man tun, Alter. Oh, Alter. Schreller Tod! Oh! Ein Auto! Ja, ich bewege mich. Oh, leckt mich am Arsch. Beim ersten Mal hab ich mich ja schon, beim zweiten Mal hab ich... Ah, okay. Ja, ich bewege mich. Oh, Schlaf! Das dauert mir zu lange. Ich will meinen Porsche! Gib mir meinen Porsche! Oh Gott, geht's noch lahmarschiger? Porsche fahren, Porsche fahren. Klick! Hä? The End. Okidoki! Also, ich hab grade nicht... Ja, YouTube! Kann ich hier irgendwas drücken? Na, ich schätz mal... Und ich glaub, das Spiel ist grade abgeschmiert. Ok. Wird schon passen. Ja, ich hoffe, dieses komisch-psychische Spiel hat euch ganz gut unterhalten. Waren ein paar ganz gute Ideen dabei, aber... Es ist eine Vorversion. Von daher... Potenzial hat's. Nur dieser Grille quietscht schon, der ging mir ein bisschen auf den Sack. Naja. Ich hoffe, ich seh euch in den nächsten Videos wieder. Bis dahin, Leute! Haut rein und... Schizikowski!